Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ARK SURVIVAL E-WOLF mit dem lieben Luzi! Hallo! Hallo! Was? Okay, so wir haben in der letzten Folge, ach nee, hatten wir die genommen? Ja klar. Warte, war das eine Folge? Ja, da war, wollten wir diesen Dyerbeer tamen, hat leider nicht ganz, also hat geklappt, aber der Guter hat es leider nicht überlebt. Wir haben versucht in der letzten Folge auf jeden Fall ein Dyerbeer zu tamen, in Klammern ein Bär. Und ja, auf dem Rückweg ist er leider gestorben, der gute kleine Fratz. Und jetzt wollen wir es einfach nochmal probieren, durch dieses Horrorgebiet ihn auch nach Hause zu schleifen. Im größten Chaos der Welt hier natürlich. Und erst ohne Sattel, das wird ein Challenge. Ja, wir hätten halt jetzt noch 100 Zement herstellen müssen, haben wir leider nicht so locker flockig aus der Hand. Okay, ich hab schon wieder Angst, ja. So, was aber nicht schön ist. Ja, nee, der war noch weiter hinter. Ah, okay. Ah, wieder der Gans da hinten, ja. Bei dem Felsen da im Wasser. Ey, guck mal, ein Karno. Oh, fuck. Das aber lebt ja bestimmt. Na klar, im Notfall kill ich den, ey. Yo. Na klar, ich den kurz hier weg, so bam, bam. So bam, bam, bam. Kurz einen feinen Nacken, dann war's das, ey. Okay. Ja. Hä, so weit waren die doch gar nicht weg. Da ist er doch. Da ist einer. So. Ja. Ich lande mal auf den, in Anführungszeichen, sicheren Felsen. Meinst du den? Ja. Ich mein den auch. Ich kann da nicht landen. Okay, äh. Ha. Und eine Biene. Ach ja. Hey, da waren ja noch die Problemen mit den Bienen. Okay. Gut. Soll ich schon mal versuchen zu schießen? Schießen? Wollen wir zusammen drauf schießen? Schießen. Wir können zusammen drauf schießen. Hä? Welchen Felsen meinst du denn? Oh, es kommen ja noch Spinnen oder was, ey. Come on, Dudes. Oh. Man kann's doch übertreiben. Okay, ich, ähm, wage es mal abzusteigen. Bleib auf den Felsen, bleib auf den Felsen. Ich geh dir mal ein paar Tiere, die mich angeeilt haben. Das ist ja echt übertrieben. Ja. Das wird eine harte Challenge, diesen Bären zu tammen und sicher in die Base zurückzuführen. Ähm, wer wir schaffen, schreibt es doch mal in die Kommentare. Guck. Ja. Das ist safe hier. Also wenn Flugvieh jetzt hier bleibt... Ich versuch's. Ich sag's mal. Okay, wo sind die? Unter mir. Hier unten, bei mir. Einmal getroffen. Oh, Alter, wie's wackelt. Ich kann nicht treffen so. Oh nein, seit wo ist der Titanosaurus? Einmal getroffen. Super. Hier war noch ein Grauer. Der ist unter dir. Den treff ich gerade. Ich hab'n blau, äh, den... Äh, nee, du hast'n braunen, oder? Der ist so'n schwarzes, so. Grau-schwarz. Hast du Fleisch dabei? Ja, ja, klar. Oh. Gut. Ja, genau. Den grau-schwarzen hast du jetzt. Hey, Bärchen, komm zurück. Guck, wer... Wieso rennt der jetzt weg? Hab' ich? Was ist das? Ach, bitte fall' oben. Der rennt weg. Ja, ja, die rennen weg. Der da auch? Ja, meine, beide. Achso, nee, jetzt kommt er wieder zurück. Oh, er will nicht. Er will nicht. Ja, der müsste normalerweise schon down sein. Ich hab' hier in die sieben Pfeile reingeballert. Der müsste doch gleich umfallen. Alter, was ist los mit den Bären, ey? Vielleicht... Ich verfolge ihn mal. Vielleicht kämpft er gleich um. Ist er down? Nee, 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 nee. Hast du nochmal zwei Pfeile rein? Der dritte ist auch drin. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der müsste... Der hat schon Blut am Popo. Ist er um... Nein, der ist noch nicht umgekippt. Warte, ich... Ich hab' mal aufzuschießen. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Okay, äh... Oh, fuck, vielleicht... Ich hab' ein bisschen, ich hab' ein bisschen. Okay. Aber nur, ähm, zehn Stück, elf Stück. Das reicht, glaub' ich nicht. Oh, die Musik mach' ich ganz kirre, ey. Der hab' ich ausgestellt schon längst. Ich hol' mal. Nein, das ist ein bisschen spannende Untermalung hier, weißt du, ne? Ich hab' grad mal... Ah! Juli! Du hast noch genug Fleisch? Nee, ich muss jetzt holen. Ich hab' genug, warte. Ich hol' trotzdem. Der liegt hier. Ich hab' viel zu viel dabei. Ähm, äh, da hat er noch Leute. Komm' an, da, äh... Oh, die Pfönchen! Ah, fuck, ich muss jetzt extra um den Felsen hier rennen. Ja. Ich klemm' fest. Really? Was ist das denn? Schmeiß' es mir hin. Warte. Was ist das denn, ey? Okay. Ist er noch in der Alpha, also... Oh, lord. Stimmt, wann kommt's eigentlich mal die Beta? Der wird mal Zeit, ne? Ach so, das Fleisch ist ja im... Dingens hier drin, ne? Dein Flui. Wir sollten uns beeilen. Ja. Nicht, dass, äh, uns da noch was Böses überrascht. Das ist aber geiles, geiles Problem. Aber was sollst du denn? Hinten sind Terrorvogel. Der dürfte aber erstmal nicht gefährlich sein. Nee, das sieht doch selts aus gerade. Na, der Rück... Ich hoffe, der Kano ist tot. Den kann... Um den kann ich mich ja kümmern. Warte. Ich komm' ein bisschen vorausschauen. Wollen wir zwei Bären? Ja, erstmal einen. Weil da ist auch einer in der Nähe. Ich hab' aber nix mehr. Ich hab' nur noch einen Pfeil. Ja, okay, dann geht das ja. Ich versuch's mal, okay? Dann lande... Genau, lande da. Oder versuch auf der Schräge da zu landen. Rechts. Lauf mal rechts. Bisschen rechts. Bisschen rechts. Genau. Und jetzt... Denk dran, dass du immer von rechts absteigst. Ja, genau. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja. So, komm mal her, du Schnuggi da unten. Oh! Oh! Er ist schuld, Bro. Oh ja. Siehst du ihn noch? Ja. Okay, gut. Ich hab' leider kein Fleisch mehr. Du musst dann nämlich da runter. Ich kümmer mich mal an den Kranus. Ja, das ist bewusst nett. Oh. Wo ist er? Oh, er unter dir. Der müsste doch noch am Fenster sein. Ich seh'n nicht. Oh, fuck. Er hat mir runtergefallen. Recht. Er macht nix, oder? Der Bär ist da. Wo komm' ich hin? Wo komm' ich hin? Wo komm' ich hin? Oh, scheiße. Wo komm' ich hin? Oh Gott, er ist ja voll schnell, Alter. Ja, ach. Kann ich ins Wasser? Ähm, du kannst aber... Hat er jetzt Gira getroffen? Ich hole. Oh, fuck. Ich glaub' ich sterbe. Challenge, Mann. Ich hol' dich, ich hol' dich, ich hol' dich, ich hol' dich. Bleib doch mal stehen! Ist er noch hinter mir? Ist er noch hinter mir? Ja, natürlich. Ähm, ja. Aber dein Flugtier macht... Was? Oh, scheiße. Dein Flugtier macht ihn fertig. Oh nein. Und er geht auf den Bären drauf. Auf unseren Bären drauf. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Er lebt hart vorne. Alter, der macht ja mega Schaden! WTF? Er hat mich... Oh. Hallo? Oha. Okay, flieg' mal weg. Was ist denn jetzt hier los? Er ist ein Server-Lex wahrscheinlich. Ja, dein Flugtier ist wahrscheinlich auch noch tot. Ja, das passiert aber oft, ne? So regeneriere ich Leben jetzt? Ja, oder? Ja, dein Flugtier ist gleich tot, geil. Warum geht dein Flugtier jetzt eigentlich statt rauf? Kannst du das mal sagen? Weiß ich nicht. Weil unser Bär ist auch tot. Ich ruf' ihn mal. Hab' ich schon. Okay. Bring' nix. Ja, lass mich mal runter. Obwohl, ich sterbe gleich. Ja, ich schlafe dich ganz bestimmt nicht runter. Ja, der Bär ist tot, glaub'. Meinst du? Ja, siehst du's nicht? Fuck. Da ist mir auf dem Felsen drauf, schnell. Komm. Ähm, welchen denn? Der vor uns direkt. Mach' ich mal hier hin. Ähm, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hast du dich. So, wie kommt jetzt mein Flugvieh hin? Gar nicht mehr. Was ist los mit ihm? Warte mal, ich kann... Warte mal, ich kann... Warte mal, ich hab' ne Idee. T. Ähm, pfeifen passiv. Jetzt müsste er eigentlich kommen, ja. Ah, sehr gut. Gut gemacht. Mhm. Dürfst du jetzt mal bald umfallen, oder? Oh, nein. Ähm, nein, was hast du gemacht? Es geht auf den Bären drauf. Der ist doch schon tot. Ich glaub', ich werd' das nicht lange machen, ne? Wie jetzt? Bist du runtergefallen? Nee, der befolgt mich jetzt. Nee, der steckt hier am Felsen fest. Okay. Oh, Terrorvogel kommt und greift ihn an. Okay, Terrorvogel gegen Bär. Unserer ist trotzdem hart am... Klingt echt scheiße, ne? Nee, der ist noch am Tamen, ach du Heiliger. Ach, der lebt noch, okay. Nein, der steckt hier fest. Okay, der lebt noch. Huh, alles safe noch. Huh. Ja. Gleich nicht mehr. Wenn der Terrorvogel durchgewonnen hat oder der Bär. Wo ist der Terrorvogel? Ja, sogar. Ich lese grad' nicht mehr. Oh. Ähm. Weg. Irgendwann ist der tot im Busch, statt der Vogel. Vogel down. Ja, der Vogel down, ja. Der Bär ist echt stark, Mann. Der ist hardcore, Alter. Der hat beim vier... Da ist er! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, das hab' ich... Das hab' ich jetzt angewartet. Die Bär ist getandet. Der Bär ist getandet. Ja, ich bin gleich tot. Ja. Nein! Oh, krass, Alter. Oh, 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 oh. Lecker, mir, Alter! Bist du da, ja? Oh, ja... gut, gut. So, bei der Update für Kalypso, ne, wir haben den Bär gerade noch beschossen. Der liegt jetzt da wie so ein Stück. Puh, puh. Puh, puh. Oh, der geht aber schnell. Der ist Level 2 nur. Egal, komm. Können wir ja levelen, oder? Ich glaube, mein Computer ist gerade ein bisschen overlastet. Oh, shit. Weil die Texturen gerade bei mir ein bisschen abkacken. Laufen wir durch den Wald jetzt. Ja, auf jeden Fall. Weil Küsse ist echt ein bisschen heavy. Und falls wir das jetzt wieder nicht schaffen, dann werden wir uns so ein Fieder holen erst. Ja, so ein Quetz. Quetzal, Quetzal. Wollten wir eigentlich zuerst machen. Wir haben kein Scorpion gefunden. Lass mal was essen. Schnupp. Schnupp, schnupp. Schnubbidi, schnupp, schnupp. Heute bei Schnubbidi, schnupp. Da kommt ein Terrorvogel. Soll ich den wegloggen? Ja. Ist der angry, ne? Ja. Oder? Ich log ihn mal weg. Ja, flieg mal ein bisschen in den Wald rein oder so. Komm dann wieder zurück. Ja. Dreckst du hier, ey. Wie lange dauernst du noch? Gleich ist er fertig. Ja. Okay, dann flieh ich schon mal in den Wald. Ich hab die echt hart an der Backe gerade. Oh, diese Karten die Bellen hier immer. Vielleicht sollten wir erst mal Leben regenerieren lassen bei dem BR. Folgt er mir, als er folgt mir. Ist dein yourself? Ja. Kommst du? Ja. Jetzt fall um, Junge. Ja. Er ist ohnmächtig geworden im Wasser. Gut. Er ist jetzt da vorne. Bist du in den Wald rein? Ja. Shit. Ich seh dich nicht mehr. Ich sag, woher kommst du? Ja. Zum Baumhaus wahrscheinlich, ne? Ja, ich zum Baumhaus. Jetzt kommt der Bär da nicht durch. Ach, ich bin beim Baumhaus. Lol. Ich bin nur noch am Eingang. Warte, der Bär kommt hier nicht durch. Ach so. Warte, ist das für ein Riesenmonster da? Das sieht friendly aus. Ich war da im Baumhaus einfach. Wollen wir jetzt mal probieren, wie wir jetzt in Richtung Bs? Jo. Was schafft das ja? Der ist eigentlich relativ schnell, oder? Ja, doch. Ne? Ich meine, ich kann ja ein paar wegpullen. Ich muss nur einen gehaltenen Weg jetzt suchen, damit er nicht hier rippt. Barry, kommst du? Ja, Barry kommt. Der Skira, Achtung. Nicht, dass er wieder zertrampelt wird. Jetzt muss ich ein bisschen durchs Sumpfgebiet. Aber das... Oh je, da ist überall Wasser. Oh! Oh, oh. Wo kommt der denn jetzt her? Lol. Hat er den getötet? Ja, ja. Gut. Ähm. Bär, Bär, Bär. Okay, okay. Ja, wir müssen uns immer irgendwie gucken, wie wir auf die andere Seite kommen. Boah, das ist ja scheiß Insekten. Kannst du weitergehen? Ja, ich... Ja, doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Ich könnte kotzen. Das ist so ein Kackgame. Kann ich was skillen, was ihm gut tut? Keine Gesundheit. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Doch, wenn du jetzt Gesundheit skillst, geht noch dein Leben runter. Weil er ja mehr kriegt. Ähm, ich würde jetzt gerade mal Nahkampfschaden gehen. Oder Bewegungssch... Ja, machen wir Nahkampfschaden. Risky probieren. Wir müssen es wagen. Wird aber wirklich... Ja. Gut. Oder? Ciao, Bär, war schön mit dir. Er ist ein anderer Vorschlag. Ja, nee. Eben nicht. Ich fliege einfach mal. Er müsste eigentlich schnell sein. Das ist... Ja, doch. Boah. Oh! Olga! Uiuiui. Gut. Ja, gut. Das war's, ne? Überkehrt. Alles klar. Ich sehe nicht, wo ich hinfliege. Wir sind schon weitergekommen. Ich bin über dir. Und über Bäri. Oh Gott. Wir müssen hier irgendwie hoch. Aber wir haben es bald geschafft, ne? Ja, wir müssen es irgendwie noch hoch. Hier ist noch ein Dilo. Ja, das ist ja kein Problem, oder? Bäri macht da One-Hit. Ähm, und Bienen und... Oh, kacke. Ich brauche Hilfe. Bäri, Bäri. Alles gut, alles gut. Ja? Ja. Ja, ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Hinter uns kommt ein Dilo. Okay. Lauf weiter einfach. Okay. Gut. Wah, Felsen. Autsch. Jetzt hier rechts hoch. Oh mein Gott, das ist spannend, Alter. Alter, das Folge, ey. Das hat Anspannung, Alter. Das ist ja nicht mehr normal hier. So, jetzt müssen wir hier rechts... Einfach noch hier rechts hoch, ja. Haben wir es dann geschafft, echt? Ja. Ja, ja, wir sind da. Insel einsperren. Zwischen den Baum stecken bleiben. Ne, ne, ich schaff da. Komm, Bäri. Ja, komm. Oh. Ja, wir sind da. Freiheit. Dilo hinter dir? Ja, ja, ich bin zu sehen. Der Arsch. Bitte. Ey, mein Bär. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Boah, Challenge erfüllt. What the fuck? Wer mehr Challenge zählen will, schreibt es mal. Für mehr Herzenfakte in die Kommentare. Echt? So. Rein mit dir hier. Okay, geil. Wir haben es geschafft. Ohne Sattel. Ohne Sattel, ja. Ohne nix haben wir es geschafft. Na, komm rein. Digga. Sollen wir den Sattel machen offscreen oder so? Mhm. Ne, wir craften halt offscreen. Naja, klar. Oh, Bäri. Oh, mein flauschiger Freund. Will mein flauschiger Freund vielleicht aufs Thumbnail? Oh. Wer hat denn da jetzt das Flugzeug so geparkt? Ich? Nö. Okay. So. Hey, du schließt ein Bild. Ja gut, puh. Dann würde ich sagen, ne? Mhm. Dann würde ich zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. ...wir werden komplett nicht vergessen und bis zur nächsten Folge mit Kalypse und mir, Lucy. Ja, tschüss. Tschüss. Oh Gott.